heute ist samstag ein etwas kalter samstag morgen ein bisschen nass ist es oben die nacht hat es geregnet gestern abend hat karsten gekocht für uns spaghettikamen auch das war sehr lecker heute morgen als erstes der zeichnung ist dann haben doch schon aufgeräumt jetzt zu enden aufgeräumt und jetzt morgen was darf sein ich habe eine frage ich habe das fahrradio von euch ja und ich versuche es ist ein total ganzes problem dass ich das gefühl habe hier die bremse schleift ja auch bei normalen schienen und da wollte ich fragen ob ich das kurz angucken kann ich muss öfter mal auf stop drücken bei der aufnahme auf alle fälle hat die gute frau das fahrrad bei uns gekauft gehabt und bauer leitet im top zustand mittlerweile sieht es nicht mehr ganz so schön aus und hat sich gewundert warum die bremse steigert vorderrad bremse und sie hat immer an der bremse gezogen das natürlich immer wenn man bremst stellte sich ja wieder gerade hat vorderrad einfach schief drin bin ich mit flügel muttern also einmal lösen gerade reinstellen fertig bremse schläft nicht mehr so einfach kann es manchmal gehen aber das ist natürlich auch selten ein zuschauer ist kein zuschauer sehr gut als erstes da hatte ich ja schon lange nicht mehr ich wundere mich auch ein bisschen warum überhaupt noch kein marathon plus drauf ist auf dem also das rotgrusen einfacher ich wundere mich echt ohne quatsch meines erachtens haben alle meine watters meines erachtens alle meine wieder haben maraton plus ein hälziges hatten kontinental drauf du bist auch nicht schlecht die erste aufbrach ist für mich selbst aber man darf sich selbst ja nicht vernachlässigen machen wir nicht mal schnell schlauchwechsel dann könnt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr sehen ich habe überlegt meine frau meinte dann bin ich mal richtig lehrvideos so wie mache ich das mache ich mache ich oder wie mache ich richtig erklärt wie wieso folgen schritt zwei schritt drei also nicht so gut run 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 jump run mäßig richtig legasthenisch wir benötigen dazu vielleicht kommt es ja ganz gut an ganz gut ich die Handlung. Haben wir ein Vorderrad mit einem Abend-Dynamo? Haben wir ein Vorderrad mit einem Abend-Dynamo? Da würde man natürlich sehr gerne den normalen Dynamo sparen. Das ist ja so. Das ist ja so, 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 naja, so. Ja, klar haben wir, aber ist ja auch teuer. Gebraucht darf es sein. Haben wir. Und zwar hier. Den mal runter. Den mal runter. Den mal runter. Den mal runter. Und da haben wir auch einen alten Reifen drauf. Den mal runter. Den mal runter. Mh 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 asein Den mach' ich erstmal sauber und den müssen jetzt mal testen, ob der funktioniert. Das ist erstmal ne reinigungsaktion hier mehr als alles andere. Lautsitter sieht nämlich erstmal jetzt schlimm aus. Also zuerst wird jetzt getestet, ob er funktioniert. Und wenn er funktioniert, dann wird er recht. Ich weiß, hier ist es nicht aufregend bei uns, hektisch schnell oder irgendetwas. Und wenn bitte jeder weiß, dass er funktioniert, funktioniert sogar wunderbar. Ich habe nur das Putzen an der Nacht. Im Grunde genommen, besser mit Stahl, oder? Das machen wir hier mit Stahl, oder? Das machen wir hier mit Stahl. 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 Das ist wirklich abgefahren, oh mein Gott, das wird... Das machen wir hier mit Stahl. Das machen wir hier mit Stahl. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Schlüssel in den Kettenkranz hinten rein. Das ist der Schlüssel in den Kettenkranz. Super, super. 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 aber die wurzel ist natürlich aber die braucht platz klicken krieg aber alle hin so ruhe braucht man dafür war 40 634 636 alle um aufbauen ich 37 622 46 ein bisschen mehr Puffer ist gut, 46.2 das ist das Maß, 46.2 zack 47.2 48.3 48.4 48.4 48.4 48.5 48.5 49.5 49.5 50.5 50.5 50.5 40.45 50.45 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Das war's. zeig es nur aufgeschlagen und gucke mal ob das hilft also hilft auf alle fälle die nieten neu breit gekloppt helfen wird es mal gucken wie lange hält das ist viel entscheidender naja wenn es ausweist reicht es aus es es so es 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 Vielen Dank. 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 Schwachsinn. Vielen Dank. Ich brauche ein neues Schutzblech. Also wirklich, was für ein Quatsch. Das ist auch noch gut. So, was für ein Blech. Ich brauche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Stoffe. die sind echt schrott die konstruktion hier drin ist beschissen mal sehen wie lange die kleinen halten sind ja auch von axa diese leds wenn du willst dass ich das mache welche kollegen hast du gebraucht so weit beschäftigen wir nicht der katastrophe mit den blechen und allen wir haben ja da mal luft gegen sauerstoff für den raps nun fährt das wieder blech genau das gleiche über den anderen unglaublich nicht kaputt dampfe austausch ist auch wieder angerissen hier an der stelle dadurch lohnt sich das nicht dazu befestigen hier oben der ist schon mal geschweißt worden hier der ist ja unglaublich und wieder kaputt nicht nicht also im Das war's für heute. Und wieder gehe ich an meine Kiste, erstmal an die Schrottkiste, dann haben wir eine Wunderkiste draußen und versuche ein Blech zu organisieren, bis gleich. So, da sind wir wieder mit Bananenblech. Keine Ahnung, warum die immer so krumm sind. Weil sie aus dem Kunststoff sind. Klar, ein Konstruktionsfehler kann versuchen nicht zu richten, indem man nicht eine Woche lang in die Richtung dreht und dann loslässt. Und dann hat man für ein paar Minuten ein gerades Blech und dann flanzigt sich wieder. So ist es nun mal. Nicht gut durchdacht, würde ich mal denken. Eine neue Lampe brauchen wir auch, die Holik auch, jetzt. AXA Ecolion. Wunderschön, genau, ideal für ein Mietrad, weil, kein Schalter dran, kann keiner fragen, wo geht denn die Lampe an? Wenn die nicht an ist, ist sie kaputt. Dann müsste man sie halt, müsste man sie tauschen. Man müsste man sie tauschen. Moin. Ja. Aber nun kurz. Die Kabe die, die Kabe die, die Kabe die, die Kabe die, nicht gesehen. Die Kabe die Kabe. Oh, der Zeug der Anklage ist da. Da sind die Dach. Da ist keiner? Nein, hier ist keiner. Wer soll denn hier sein, Wolfgang? Ich sage, wer soll denn hier sein? Äh, den Teller hab ich dahin gestellt, weil die mich eher von da vorne ein Stück gelern hat. Ich hab gedacht, stellst du hier hin, sonst macht die da kaputt. Du warst zwar nicht, aber das kann sie nicht von dir gebrauchen. Das war nicht blödartig jetzt von mir. Ja, ja, ja. Nein, Thomas, die war schickweiner. Kommt da zurück an und die schmeißen gar nicht kaputt mit dem Hals. Das hab ich gemeint, sonst hätte ich die stehen lassen. Ja. Weil die Zuhäuser hier jetzt nicht mehr an, weil da war. Nee. Darum ging das ja wohl. Nee, die Teller hab ich schon in den Müll geworfen. Ja, ja, nee, darum ging das. Ich war nicht böse. Darum ging das wohl nicht, wie es. Ja. Ja. Die hast bei uns so, haben so die Flaschen alle die Nacht kaputt gekloppt. Alles von meinem Fenster. Ja. Wie immer so weit hoch unterwegs. Ich wisst ja gar nicht, da rum ja eben, ja. 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 Ich hab der Zellkunde, ich dachte, hey Mensch, mach das mal oder was, weißt du, wie das ist heute Tage. Das ist alles wirklich chaot noch, gerade nachts denn da. Ja, das stimmt. Ich hab auch die Nacht so schlecht geschlafen, ich bin so unruhig momentan so. Wieso denn? Ich wüsst nicht. Ich wüsst nicht. Ich wüsst nicht. Wolfgang, jetzt hör mal auf hier. Ja. Ist doch alles gut. Mann, 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 dass du mal im Verzweifeln bist. Ist doch alles gut. Bist nicht alleine. Bist alles schön. Läuft. Manchmal schläft man auch schlecht. Ja. 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 Muss das Leben nicht so schwer nehmen. Was ist denn der Alex, der ist vorbei gekommen? Was habt ihr gesehen? Naja, abends, nachts irgendwann. Ja? Da haben wir rum. Ja, ja. Hat der mal wieder so bei euch nicht? Nee, der kam danach erst. Ach so. Das war spät. Ach. Na ja, nee, ach. Mensch, Wolfgang, bist ja wie ein Kind. Ja, du, manchmal isst das aber wegen mir. So wirklich, das wüsst du doch. Ja. Ich kann doch nicht dafür. Nee, da brauchst du doch auch nicht viel können. Aber du brauchst auch keine Angst haben. Mensch, du bist ein großer Mann. Siehst du? Hast du das alleine, hast du das geschafft bis jetzt hin? Ja, was soll denn sein? Nein. Kann doch keiner mehr was. Du musst doch keine Angst. Hier machen wir. Machst dir doch einen Panik wegen irgendwas. Wusste doch nicht. Ist heute Abend was los bei dir? Ich glaube nicht, nee. Ich weiß ja nicht mehr, ob Dennis kommt überhaupt heute. Ich weiß nicht. Hat er zwar die Sache, aber ich will. Nein, ja, tschüss. Bitte, bitte, tschau. Ach so, du wüsste nicht. Na ja, wer ist doch bei dem Vater wieder runter? Ja. Ja. Ja, ja. Da wird seine Bräuchstunde hoch, nicht wahr? Na ja, das sind ja auch Probleme, ne? Wiss ich ja, ja. Ja, logisch. Du lässt es sich hören. Ich hab ja nicht gesagt, was... Und die vom Trüger, wüsste doch die Frau drüben, ja? Mit dem Arzt habe. Und die, weil er auch war hier. Ich dachte nur das doch. Na, wüsste ich mir nicht. Ja. Ja, oder? Ja. Naja. Was ist mit dir? Die hat er auch wohl... Die hat er auch wohl gesehen, oder? Irgendwann. Ach so, die, 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 die... Claudia, ja. Ja. Und da oben halt nach, die dachte er ja. Die wurde doch damit... Ist ja die von der... Ist ja die von der Sonderstraße da? Die Trüger, ne? Ja. 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 Wie ist das? Ja. Die ist ja eine sehr stumme Ranne. Ja. 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 Das kann man nur nicht mehr machen. Ja. Ja. Ich werde lieber andersrum als so rum, weil ich meine, die schreit ja an die Straße oder so ein Mist zusammen, weil ein anderer Ehrener, der, was ist das, ich meine, was? Ich meine, einer sagt ja, wenn man anfängt zu heulen, sagt er, komm, wir sind raus, verstehst du beide, was? Ja, ja, ich weiß nicht, ja. Ich habe mich doch voll mit der Blonne unterhalten, hast du ja gesehen, wenn die immer hier vorbeikommt, hier mal. Das war ganz nett, ich muss sagen, die ist wirklich sehr nett, also haben wir sehr unterhält, also ich kann ja richtig, sozusagen, ist wie eine Mutter, sozusagen, naja, also, verstehe ich meine, ja, wenn man mal eben so ein Gespräch hat und sogar. Ja, das brauchst du, was? Du brauchst ja Kontakt zu ihm. Ja, ja, das ist, das ist, ja. Ja, das ist, ja, wir sind ja alle da, Mensch, ich bin ja hier hoch, immer da, immer da, immer da. Ich wusste ja, ich habe ja auch mal, du wirst ja, wie meine Fehler oder so, ja, aber, ach, das kann man. Ja, Fehler hat jeder. Ja, abstellen. Die Fehler hat doch jeder, du wirst doch. Sag mal, ich kann mal jeder Frage, Thomas, und sag, mir fällt jetzt gerade mal was ein. hast du so ein Ding oben von einem Schallzug aus Metall, so was, wisst du, was ich meine? Dann hast du einen Heimtrainer zu Hause, so was wie deine Tochter hat. Und da hast du so ein Ding aus Plastik dran. Und du weißt nicht, ob ich das selben Kabel aus Metall ranmachen kann bei mir oben. Weißt du, was ich meine? Auch genutzt sein, wenn du mal irgendwas hast. Ich hab dich nach vorne gemacht, auf eins gestellt. Und ich hab ja erst wurde zu leicht. Ob immer, das ist gut, ein bisschen schwer. Im Weg, was ich da passiert gemacht habe. Ja? Ja. 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 Ich hab gedacht, nein, wann fragst du mal, ob du mal so ein Ding übrig hast, wisst du? So eine Schaltung da. Da muss ich mal sehen, was du da raus hast, erst mal. Na ja. Ey, alterlich, das ist ja nur... Das ist ja nur, das war ja von mir und jetzt muss ich mal fragen, so ein Ding, wisst du, so ne... 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 Ja, der Hebel, der Hebel mit den Zahlen, wo die Zahlen gerade sind, wo ich ja sagen kann, zeigen, wo alles wirklich, das muss ich gehen, da sind alle drin, aber mir rutscht die Uhr. Ja, da kommt einer parat zurück. Ja, hallo. Hi, how are you? Ja, hallo. Is it possible to rent a bike for one day, please? Ja. Ja, hallo. Jo, jo, jo. You have to bring it back today before nine and evening. Before nine, okay. It's eight euros. Einrat, neunzehnte, achter, neunzehnte, achter, einatzwanzig Uhr. So, do you have to fill this paper? Ja, perfect. Thank you. I'll give it back today. I'll give it back today. Sorry. I'm too much into right now. It's fine. I had so many. Greyhound, the day. Yeah! They're out of the mills. This is so much in my arms, as well as my vest. But I have not so much than that! Das ist alles zu schwer. Ja, wir haben noch 2 Euro. Geht das, money? Ja, thank you. Das ist Ihr Kabel. Ja. Und das ist es. Perfect. Danke schön. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. Ich hab auch meine Weste an und da war drin und da eine Tasche. Und dann war ich so nix. Da ist die große Puppe und da geht nicht drin. Da hat kein Pieper in der Tasche drin. Ja, und zack, ist der voll. Ja, ja. Ist der voll geladen. Na ja, der liebste, liebste. Und in meiner Arzt ist der auch der richtigen Titel. Zu Reiswaldschwister. Einmal verabschiedet, guck mal ausweißen. Da probt man hin. Und die anderen sagen, äh. 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 Die blöde Sache. Die blöde Sache, die blöde Sache. Ja, sagst du. Nachdem die Brumme vorliegen, sagst du. Seine Eltern vorstehen. Und sagst du. Ach, der ist ja nur ein Selbstgespräch. Der muss nach der Opa in der Forsterstraße. Und mit. Ach, da kommt ja mein Freund Dennis. Nee, Dennis. Ja, Karsen. Karrieren. Was weiß ich. Ja, Wolli. Rückgang geht's nicht so gut heute. Wieso denn? Der ist schon ein bisschen sentimental. Echt? Wieso denn? Denkst du an den Krieg? Denk nicht an den Krieg, nee. Nee. Denk da an den Krieg. Er ist nicht nostalgisch. Er ist noch sentimental. Ja, aber Tommi, ich hab, äh, äh, ich hab zwei Nachhine. Joachimus. Ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020